Unsere wunderbare Fackel mit. Die 1 aktivieren wir nicht. Die bewahren wir uns mal für später auf. Die brauchen wir immer für später. Für den Bossgegner meistens. Oder für Dr. Doom. Wobei Dr. Doom geht auch ohne. So, ihr seht jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Das habt ihr vielleicht nicht gesehen, aber ich habe zu langsam war. Ich habe nicht schnell reagiert. Das ist mal ganz, ganz schnell. Keine Zeit für sowas. Zack, zack, zack. Boom. Boom, 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 boom. Und weg ist er. Und da haben wir Glück gehabt, dass das ein 15k war. Wenn das ein 22er wäre oder 30k, dann wäre es stärker. So. Und das war es auch schon. Ja.